Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest, hätte ich fast gesagt. Nein, zu Gretel. Hallo! Hallo! Wir bereiten uns jetzt vor, um auf große Reise zu gehen. Und wir möchten gerne einen anderen Ort finden, um da uns niederzulassen und ein richtiges Häuschen zu bauen. Und wir möchten mehr lernen. Nimmst du den anderen Frosch hier? Was? Ich mach grad Feuer auch so. Ja, nee, ich muss ja nicht sofort. Ach so. Hast du noch Stöcke? Ja, nicht so viele, aber wir haben ja noch hier welche. Ähm, hier ist noch ein Knochenmesser, wenn du willst. Hm, ich glaub ich bin voll. Ja, ich kann das auch mit drauf. Ja, hier noch ein bisschen. Äh, so. Gib mir die! Da gibt mir keinen großen. Hast du Zunder? Ja, da müsste auch noch was liegen. Vielleicht auch sinnvoll, wenn du was mitnimmst. Das stimmt natürlich. Aber ich kann jetzt erstmal, äh, Feuer machen. Ja. Äh, und da. Se bitch, sagt er immer. Hä? Se bitch! Bin zu müde, ich kann nicht. Okay, dann mach ich, warte. So. Da auch noch was sehen. Und hier haben wir schmutziges Wasser. Hat er noch irgendwo das Wundergedünsel hingetan. So. Bisschen Kohle mit. Hier ist noch was. Das ist die Wurzel. Nehmen wir auch mal mit. Da können wir ja was Schönes draus machen. So, jetzt machen wir eben noch äh, Verbände mit Kohle. Äh, mit Kohle, mit, äh, Asche. Hast du noch schmutziges Wasser? Ja, ja. Ist das andere schon fertig? Ja, das ist schon fertig. Mein Bedong ist voll. Okay, warte. Bedong, Bedong, Bedong. Ich hab ja aus irgendeinem Grund jetzt zwei. Warum auch immer. Ich kann mich nicht daran erinnern, zwei gehabt zu haben. Aber okay. So. Ja. und da und da. So, ich hol nur noch mal ein neues. Hm. Hm, hm, hm. Dieses hier bitte. Ach ja. Wir haben große Pläne. Noch ist er motiviert. Ja, noch ist Leopold nicht da. Und auch kein Ingo und so. Also jetzt, nee, ist ganz voll dein Bidon. Äh, 40 von 40, ja. Ah, okay. Nehme ich noch was. Wie geht's mit dem sonst so? Wasser, Proteine, Kohlenhydrate, alles gut. Macht das andere auch noch voll? Also, ich hab genug Wasser. Ich hab auch noch, äh, wir sollten aber einmal schlafen, bevor wir losgehen. Das stimmt. Hä? Schmutzig. Okay. Ich will bloß auf die Schnecken warten, damit kann ich gucken. Die Schnecken, äh, werden nicht schlecht, wenn du die so in deinem Dings drin hast, ne? Ach so, ich dachte, die wären schlecht. Alle voll? Ja. Mal schütten. Das noch und das noch. Ja, wir schlafen gleich. Dann können wir da wieder was nehmen. Was brauche ich? Ich hab schon mal vergessen. Proteine und, äh, Kohlenhydrate. Quatsch. Nur wollte ich gucken. Dann esse ich die Schnecken jetzt. Kohlenhydrate. Haben wir vielleicht wieder so eine Frucht? Vielleicht da ist eine Blume drin. Banana. Da ist noch so eine Pflanze. Da ist eine Frucht. Sehr schön. Die doch einfach direkt mal essen. Viel besser. Wasser brauche ich immer wieder. Immer wieder Wasser. Es ist, ähm, es ist schlimm, ne? Mhm. Oh ja, sind noch Nüsse runtergefallen. Die können wir auch noch mitnehmen. Dann, ich würde sagen, wir warten aber noch ein bisschen, bevor wir schlafen gehen, weil sonst ist es wieder, äh, dunkel, wenn wir los wollen oder so. Das wäre auch doof. Ja, das stimmt. So, was brauchen wir noch? Wasser. Ach, ich bin so doof. Also, mir geht's ganz gut. Ein bisschen was wäre vielleicht schön, aber... Ja, so weit geht's mir auch gut. Ein bisschen Wasser und ein paar Proteine, aber ansonsten ist alles gut. Neh mal das Fleisch und brate das nochmal. Hallo, gehst du bitte? Ich bin zu schwer. Welches Fleisch? Ne, ich hab's ja schon genommen. Ach so. Äh, so, warte. Kann ich irgendwas essen? Drei Verbände und einen Ascheverband. Essen. Essen. So, jetzt müsste es doch gehen, ja. Ich mach mal noch zwei Verbände. Mhm. Besser man hat, als man hätte. Ist richtig. Ach, ist das schlimm, wenn ich... Zwiebel, obwohl können wir die sammeln, dann können wir vielleicht Samen mitnehmen. Ist doch viel leicht cooler. Apropos Samen. Wo sind die denn jetzt? Ich guck nochmal schnell nach den Bananen, ob wir Bananensamen kriegen. Mhm. Unbekannte Wurzel und die wird nicht schlecht. Sehr cool. Ach ja, das wird was mit uns. Das wird super. Mhm. Und eine Pflanze, die wir schon... Äh, wie heißt das Wort, was ich suche? Gepflanzt haben? Die ist ja fertig, oder? Müssen wir die dann auch verplanen? Ich hab zwei Bananensamen. Wo sind die? Hä? Wasche verbunden? Eine bekannte Zwiebel. Buh halten zum Pflügen? Ja, wir schlafen doch gleich, Buh. Okay. Ja, die können wir auch noch mitnehmen. Habe ich jetzt Samen davon auch? Äh, wo ist denn der Bananensamen? Ach hier, Bananensamen. Da. Ganz im... Unscheinbar im Eck. Das war ein Stück. Hä? Ich hab, äh... Jetzt hier diese... ...die Pflanze hier, ne? Ja. Jetzt abgemacht. Die hab ich aufgesammelt. Wie kriegt man denn jetzt... ...davon noch... ...noch mehr? Gar nicht, oder was? Weiß nicht. Obwohl, nee, man kriegt ja aus einer Zwiebel... ...kriegt man ja zweimal... ...ein Zwiebelteil zum Pflanzen. Ja, okay, dann... ...dann hat man ja mehr, als man vorher hat. Ja. Was ist da? Ein Stock? Speichern wir einmal dann? Jetzt wäre ich wieder so schwer. Mann! Hier, bitte... ...nehmen wir hier von zwei nicht mit. Verprügelst du wieder den Speicherpunkt? Mhm. Ich geh mich eben erst mal waschen, bevor ich speicher. Ja, ich seh' überhaupt nix gerade. Aber ich höre das Wasser. Hm. Na, da immerhin. So. Ich bin wieder dreckig sauber. Das macht mein Fleisch. Das war cool. Ich hatte vergessen, dass ich das hier habe. So. Ach so. Fleisch ist schwer. Sehr schwer. Naja. Braucht ihr eh was? Dann? Wo ist mein Bett? Da. Gute Nacht! Okay. Halb vier eins. Ah, okay. Ja, halb vier ist eine gute Zeit. Mhm. Dann ist es auch gar nicht dunkel, glaube ich. Mhm. Hast du dir Schalen mitgenommen? Nee, noch nicht. Ich stelle mal eben eine hier hin zum Trinken. Ich habe zwei. Ich habe jetzt eine. Ich stelle die einmal hier hin. Mhm. Bin ich wahrscheinlich gleich gar nicht mehr, weil es so dunkel ist. Hä? Was? Wie war das? Ich renne hier. Wo ist meine Schale? Ach da. Da drüben irgendwo, oder? Hab sie gefunden. Mal schön trinken. Hast du wieder aufgehört zu regnen? Ja. Ich esse den Pilz mal noch. Dann ist er auch weg. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich habe zwei Schalen. Hast du jetzt auch zwei? Nee, ich habe eine. Willst du die andere da noch nehmen? So, an sich brauche ich nur Trinken und Proteine. Okay, ich speichere mal einmal. Oh ja, ich speichere auch einmal. Ich bin ziemlich vollgepackt. Trinken brauche ich auch. Und wiederum sich geschlagen. Ja, ich kann es nicht lassen. Brauchen wir noch irgendwas von hier? Hier ist noch ein bisschen Kohle, aber ich habe was. Also ich habe viele Verbände, habe ich gemacht. Kohle habe ich auch. Ich habe zwei Tabakverbände, nee, drei Tabakverbände und zwei Asche. Ich habe fünf normale und einen Asche. Ja, theoretisch. Das müsste reichen. Mach mal noch einen normalen vielleicht. Ja, hat auch Platz. Aber ich kann jetzt keinen wieder nicht laufen. Doch, geht. Ja, sollen wir dann mitten in der Nacht losziehen? Ich habe gerade in deinen Kopf geguckt. Das war sehr unangenehm. Ist mein Kopf nicht so schön von innen? Nee, von innen ist er sehr hohl. Tatsächlich. Wow. Wow. Du bist sozusagen eine Hohldorne. Danke. Hast du ein Messer? Ja, ich kann es leider nicht nehmen. Okay, dann lass uns mal losmarschieren. Ja, ja, geht ruhig vor. Hier ist ein Leuchtepilz. Ich esse den mal. So, mach. Ess jetzt einfach mal alles Mögliche, was mir auf dem Weg begegnet. Warte, ich will auch eine Banane essen. Genau die, die ich essen wollte. So. Kommen, wir essen noch eine Banane. So. Jetzt haben wir mich schon verlaufen. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg. Wo bist du? Hier, wo mein Name steht. Ich mache mal noch ein Bananensamen-Dings. Okay. Dann haben wir drei. Das ist ganz gut, glaube ich. Kommst du? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich kann nichts mehr tragen gerade, bevor ich nicht irgendwas verbraucht habe. Ich stehe den Weg nicht. Das ist nicht so gut. Ich glaube, hier geht es lang. Ich folge deinem Namen. Eine Larve. Komm, die müsste doch noch gehen. Pilze zum Essen. Eine Maus. Nehme ich. Hier sind noch Pilze, wenn du mich stößt. Ah, jetzt sieht man wieder mehr. Guck mal, hier ist so eine Wasserquelle zum Beispiel. Da ist jetzt nichts drin und wenn es regnet, ist hier Wasser drin. Und dann, äh, ja. Da habe ich eigentlich einen Stein. Einer wäre vielleicht gut. Ich habe zwei Steine dabei. Na gut. Dann muss das halt erst mal reichen. Oh, Pilze. So, noch ein Pilz. Okay. Wir snacken uns hier durch den Ohrwald. Genau. So, unser Plan ist übrigens, wir wollen jetzt erst mal dahin, wo wir waren. Und, äh, wollen unseren Topf holen. Mal gucken, wer den dann tragen kann. Und dann, äh, wollen wir uns was, äh, Schönes suchen. Wir wollen mal gucken, ob die Kletterausrüstung da ist. Äh, wo ist der Weg? Und was? Ja, habe ich auch gesehen. Eine für mich, eine für dich. Pilze. Wir essen den Ohrwald leer hier. Ähm, man hört uns die ganze Zeit so... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Und dann wollen wir gucken, ob die Kletterausrüstung vielleicht da ist. Die wollen wir dann mitnehmen. Und, äh, uns halt einen Ort suchen, wo wir hängen können. Oh, warte, da unten ist eine Kokosnuss. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, da, ich sehe ein Nest. Da gehe ich auch mal eben. Hä? Äh, nee, nicht das Wasser, sondern die Kletterausrüstung, bitte. Trinken. Und mitteln. Ist aber kein... Wo bist du? Oh Gott, ich habe nur ein Vogelnest genommen. Davon kann doch nicht so schwer sein. Ich muss aus dem Wasser raus. Ja, kleines Stück noch. Wir sind gleich da. Stupi gemacht. So, okay. Weißer, ein Vogelnest habe ich genommen. Pff. Hey, irgendwas essen? Die will ich behalten. Mh, wenn ich den wegschmeiße. Okay, reicht vielleicht. Kann man ja eh nur Suppe kochen. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Ich hoffe, ich weiß den Weg auch ungefähr. Hast du das? Äh. Hast du ein blödes... Ja, ist schon gut. Oh, es war ein Schwein, oder? Ja, auch. Aber ich habe noch was anderes gehört. Äh, wir müssen, glaube ich, hier in diese Richtung. Oh Gott. Dieses... Dieses Schwein klingt jedes Mal so vom ersten Moment wie... Wie was? Wie ein Leopold. Ja? Guck mal eben. Komm da nicht hoch. Kann nicht von oben gucken. Jetzt haben wir schon wieder Durst und... Warte, du hast den Egel. Ich habe ihn mal weggemacht. Na, das ist so nett von dir. Da drüben ist... Ach nee, das ist ein Steiner. Bitte keine Schlangen. Bitte keine Schlangen. La la la. Lange? Nein. Jetzt? Auch nicht. Puh. Guck mal. Was da vorne ist. Aber wir müssen doch eigentlich erst... Aber wir können das vielleicht entdecken, glaube ich. Warte, wie kommen wir denn hier runter? Hier ist nichts zum Runtergehen. Vielleicht außenrum irgendwie. Hier so lang. Genau. Das war der Plan und dann wollten wir uns eine schönen... Da unten liegt ein toter Vogel. Ja. Springen und holen die Tiere. Warte, muss kommen. Mal gucken, wo wir sind, sonst geht das nicht. 49 W 25 Süd. Oder 24 Süd. Ich habe übrigens wieder meine Karte hier. Zeig die mal. Ach so. So. Ist immer noch nicht da. Ist du sicher, dass du mir es geschickt hast? Ja. Mann. Ja, 25. Ach, da ist der See. Wir sind dran vorbeigelaufen, glaube ich. Wir müssen ein bisschen mehr westlich. Okay. Und ein bisschen mehr südlich. Also in die Richtung. Wir sind doch nicht dran vorbeigelaufen. Aber wir müssen hier irgendwie um die Klippen herum. Aber Angst. Bist du bei mir? Ja. Ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Was ist das? Oh, ein Stein. Nein, aus! Och. Was machst du denn da? Ich nehme Steine und bin wieder zu schwer. Ja, Stein. Dann nehme ich ihn. Okay. Da unten liegt noch einer. Geht so. Geh lang. So gut aus hier, oder? Das sieht super aus. Was du hier machst. Weil ich vorlaufe. Ja. Und dann werden wir uns einen wundervollen Platz suchen. Mhm. Um ein Schloss zu bauen. Bin im Moment mehr angespannt als du. Kann das sein? Weiß nicht. Ich auch nicht. Bin sehr angespannt. Ist das da unten? Ich bin auch sehr angespannt. Okay. Wenn das so ist. Wo sind wir jetzt? Lassen Sie sich da hinten? Wir müssen zu 26, 27 und 50. Wir sind jetzt 49. Müsste hier irgendwo sein. Noch ein kleines Stück. Ich bin gerade aus. Ach ja, doch stimmt. Hier hinter, ne? Die Schweine machen mich fertig, ne? Also die hasse ich echt. Ich finde die super. Oh, oh, Früchte. Die brauchen wir vielleicht. Gott, quietscht da nicht so. Buseliges Schwein. Hast recht. Entschuldigung. Nicht essen alle. Ich habe eine genommen. Ich wollte auch eine essen. Ja, eine habe ich nur genommen. Brauchst du noch eine? Können wir die nicht? Warte mal. Nö, weiß noch nicht. Können wir die auch? Wenn wir die sammeln. Ja. Ich sammle eine, ja? Oder willst du? Unbekannter Samen. Hast du? Hm. Ja gut, einer reicht. Dann esse ich die andere. Nee? Nee? Und wir snacken uns weiter durch den Urwald. Das essen wir noch. Und das essen wir noch. Und das auch. Hm, lecker Pilze. Da oben. Guck. Ich habe mich jetzt geduckt, weil ich unter diesen Baumstamm durchgegangen bin. Ich bin auch, ja. Das ist gut. Bin ich verrückt? Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das stimmt, natürlich. Pilze. Oh, ich habe irgendwas. Oh, hast du einen Egel? Darf ich ihn rausziehen? Ja, bitte. Wo hast du den Egel? Ich weiß nicht, ob ich einen Egel habe. Ich sehe keinen. Ich habe auf jeden Fall irgendwas. Halt! Zurück! Und drehen! Noch ein Stück? Warte. Ha! Dankeschön. Ah, das findest du geil, ne? Ja, da geht mir das gerne ab. Du gehst jetzt vor. Das finde ich schön. Immer gucken, ob wir hier speichern können, ja? Hier hängt kein Kalender. Ich hole schnell den Topf. Okay. Aber wir können ja... Hatten wir hier... Hier sind noch Snacks drin. Oder wieder? Wahrscheinlich wieder, oder? Keine Ahnung. Esse und trinke mal, ne? Äh. Mensch, hier ist aber viel drin. Boah, mir geht's voll gut jetzt. Das hat sehr gut getan. Was hier noch? Warte, ich guck mal kurz, wie es mir geht. Ich brauche Proteine und Wasser. Eine Dose? Hier ist noch eine Dose drin. Guck mal. Zum Essen. Hast du den Topf jetzt genommen? Ja. Hast du ihn vorher getrunken? Natürlich. Okay. Dann ist ja gut. Wo ist wer? Nichts, warte, ich muss nur kurz sortieren hier. Trockenfleisch, Chips. Du könntest hier... Schokoriegel. Wie drehe ich das Zeug gleich nochmal im Inventar? Äh, Rechtsklick. Achso. Du könntest hier noch, ähm... Hast recht, hier ist auch die Karte wieder. Wollen wir mal kurz speichern? Ja, auf jeden Fall. Äh, was ich sagen wollte, du könntest dann nochmal eine Kokosnussschale runterlegen. Dass, wenn wir hier wieder vorbeikommen, dass wir dann vielleicht was haben, weißt du? Das ist eine herausragende Idee. Ja, so bin ich manchmal. So, haben wir hier noch irgendwas liegen, was wir gebrauchen könnten? Gerade. Hast du da hinten schon? Was? Hast du hier hinten schon? Äh, nee. Okay. Ich weiß auch nicht, ob hier ursprünglich irgendwas lag, was wir gebrauchen können. Ich sehe nichts. Okay. Dann müssten wir jetzt nach Norden am besten. Wo ist Norden? Hast du gespeichert? Äh, ja. Norden ist... Soll ich den Holzlöffel jetzt mal mitnehmen? Ja, mach. Weiß nicht, ob das hilft, aber solange du nicht irgendwie voll bist oder so. So, warte, ich trinke mal eben was auch. Oh, ich habe eine leere Dose. Toll. Ach, und meine Maus, ja. Zwei Frösche, eine Maus, ach, was ich alles so einstecken habe. Ich habe einen Vogel und zwei Frösche. Und einen Top. Geht's mir denn? Boah, mir geht's so gut. Ist eisvoll gerade. Proteine fehlen mir ein bisschen. Aber nicht viel. Okay. Speicher jetzt mal nochmal. Nur einfach, weil es mir so gut geht. Ist der Richtige? Ja. Okay. Ist das denn eigentlich? Gut, zwei Elf. Ab in den, äh, Norden. Ja! Oh, was auch am Ende. Vorsicht, Ameisen. Genau. Nuss? Schnapp sie mir die Nuss direkt vor der Nase weg. Ja, aber da war doch noch eine. Ja, habe ich genommen. Ich habe so Angst. Musst du nicht. Du bist bei mir, ne? Es gibt lecker Pilze. Das stimmt. Weil wenn man Pilze hat, braucht man keine Angst zu haben. Nee, das stimmt. Was war das? Du? Was denn? Nichts. Gar nichts. Ich habe nichts gehört. Ich habe Angst. Gehe ich jetzt Richtung Norden? Warte mal. Ja, ungefähr. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Richtung Norden. Warte auf mich. So langsam, wie ich mich fortbewege, hat, glaube ich, keiner irgendwie Schwierigkeiten mitzuhalten. Hier ist nichts drin. Oh, aber ich höre was. Irgendwann hier ist Kacke? Ja, hier ist Kacke. Nimm die mit. Hast du Kacke? Ja, nimm deine Kacke mit. Ich bin zu schwer. Die Kacke war zu schwer. Mann! Also was hier? Wie wäre es denn, wenn wir das hier ein bisschen dezimieren? Nein? Gut, dann müssen die Stöcke halt gehen. Da habe ich es noch. Okay, weiter geht's. Ich bin so mutig. Ich habe überhaupt gar keine Angst vor. Gar nichts. Hallo? Ja, hallo. Achso, hi. Was kann ich denn nicht in die falsche Richtung? Gut, dass wir diese Uhr haben. Was ist das? Ja, ja. Ich bin total, ich konzentriere mich total auf die Uhr. Ich finde es schön, wenn du dich auf Schlangen konzentrieren konzentrieren konntest. Guck mal! Er ist ein Pilz, oder kann ich gerade nicht? Wespen-Nest. Das ist aber nicht das, was wir meinten, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Wo ist das Wespen-Nest? Da links. Ach, da unten. Okay, dann ist gut. Wo bist du? Wo ist das Wespen-Nest? Achso. Oh, nee. Ich kann es nicht. Was hast du denn alles in der Tasche? Sag mal. Alles. Alles, was du dir vorstellen kannst. Ich muss nur umsortieren. Das geht schon. So, der Schubbüttel dahin. Das kann einen darüber. Kann der da unten? Nö. Jetzt vielleicht. Ich möchte diesen Honig haben, bitte. Jetzt. Immer noch nicht. Hast du was Tolles entdeckt? Ich habe Lehm rausgefischt. Lehm kann man immer gebrauchen. Tagebuch, neuer Eintrag. Lehmwand, Lehmmischer. Oh Gott, das war nur ein Nest. Das kann ich nicht nehmen. Wir könnten hier übrigens... Da klatscht es. Dann bist du wieder voll und jammerst wieder rum. Ich bin voll. So, mal vielleicht ein Feuer machen oder so. Hä, das sieht hier irgendwie ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ach nee, ich stehe nur auf einer anderen Stelle. Alles gut. So. Willst du jetzt hier irgendwas machen? Uns geht es jetzt mal zu gut. Ja, ich habe... Nimmst du den? Ja, gib ihn her. Kannst du den noch nehmen? Bist du jetzt nicht zu schwer? 45,55. Willst du noch einen Fisch nehmen? Oder nicht? Ich glaube, das wird dann zu voll. Okay. Haben wir diesen Ort jetzt irgendwie entdeckt oder so? Nee, ne? Okay, dann ist das wahrscheinlich der kleine Teich. Teich. Der kleine Teich. Hier unten. Was? Warte, Fisch? Nee, ne? Gar nicht. Hier, diese Pflanze hilft uns bei Food Poisoning, wenn wir die kochen. Ja. Und sie nimmt sie mit, weil sie ist ja noch nicht voll. Was? Nix. Bei mir ploppt ihr die ganze Zeit auf Lagerkiste und dies und das. Ja, ja, weil ich mit dem Leben gespielt habe. Ja, die kannst du auch essen. Die Frucht hier. Welche? Hier, vor mir direkt. Die hier. Ach so. Ach scheiße, jetzt habe ich nichts gesammelt, ich Idiot. Ah, ich ja nicht. Ich habe die jetzt gegessen. Ich glaube, da sind nur drei dran. Mehr sind das nicht. Na gut. Finden wir schon wieder. Äh, so. Warte. Norden. Da lang. Oh, Ameisen. Ja, kacke. Ich finde es schön, wie du immer einen Schritt machst und einen kurzen Stoppst. Ja, ja, ich auch. Irgendwas läuft hier. Wo? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Oh, Ameisen. Essen. Hier könnte man auch gut bauen, aber wir wollen ja woanders. Aber so, ne? Falls sich das jemand fragt, hier kann man bestimmt gut bauen. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, theoretisch kann man hier an sehr vielen Orten gut bauen. Sehr wahrscheinlich. Aber wir müssen bedenken, wir brauchen durchaus etwas mehr Platz. Vielleicht. Brauchen wir auf jeden Fall. Ein toter Vogel. Hier, kannst du nur was tragen? Nee. Hm. Warte, dann. Achso. Du guckst noch. Hast du ihn auseinandergenommen? Ich habe ihn gesammelt. Okay. Ich glaube, wir sind aber auch gleich da. In diesem Fischer-Dingsbums. Was war das? Ach du, was ist das? Da sind Nüsse gefallen. Ja, gucken. Habe ich dich aus den Augen verloren? Ach da. So, warte, ich gucke mal nochmal eben. Das ist in 52, 19 und wir sind jetzt 50, 22. Also, ein bisschen östlich. Ja, dann müsste das doch hier sein. Ach so, das. Ach, ne Maus. Ich finde das so gemein, dass die Mäuse quasi dieselben Geräusche machen wie irgendein großes Tier. Da oder hier an der Höhe bleiben, ich weiß nicht. Was machst du da mit einem Gespringen? Ich versuche, hier drüber zu kommen. Ach komm, so müde kannst du gar nicht sein von dem bisschen Gehopse. Was denn hier? Ach, nix. Ah! Was? Ich glaube, du hast den besseren Weg genommen. Ne, mit der Angel kann ich sie nicht erschießen. Er ist ja ein bisschen Honig, oder möchtest du? Ne, ne, mach ruhig. Ich bin zu schwer. Essen. Ah, eine Schlange. Lass mich da hoch... Nein! Möchtest du eine Schlange haben? Nein, ich bin voll. Ach so. Ich habe jetzt schon zwei normale Nüsse gegessen, weil ich so voll bin. Ich gehe weiter. Okay. La 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 la. Früchte! Ja. Da hinten liegt noch ein Vogel. Oh. Ich sammle mal wieder eine, dann haben wir wieder zwei Samen davon. Okay. Willst du die andere dann essen? Hm, ja. Kann man sich eigentlich ja überfressen, dass man fett... Ich glaube nicht. Hm, entweder du sammelst den auch noch, oder ich sammel den und nimm die Federn nur. Okay. Okay, der sammelt. Gut. Oh, ähm, warte kurz. Ja? Ähm, kannst du doch was tragen? Was denn? Weiß nicht. Gib mir die Federn. Hä? Wo sind die andere? Ich glaube, ja, die Federn werden den großen Unterschied machen tatsächlich. Ja, ne? Bin ich mir sehr sicher. Mein Gott, sieh, das viele. Äh, ja, ich bin immer noch voll. Kann ich viele, viele, viele Pfeile von machen. Das ist aber was Gutes. Kokosnuss leer. Dann esse ich das mal. Hilft das? Das hilft ein bisschen. Jetzt bin ich bei 49,8 Kilo. Das geht. Okay. Dann weiter. Dieser Dschungel ist gruselig. Eigentlich müssten wir hier gerade aus. Das ist doch schon der Sumpf, der da hinführt, oder? Ich hab doch keine Ahnung. Gibt's hier Krokodile? Bestimmt. Schön. Es gibt hier alles. Äh, äh, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Komm mit. Wir müssen da hoch. Wir müssen ganz schnell hier weg. Komm mit. Wohin? Andere, andere Straßenseite, die wir halt sagen. Ich kann nicht mehr rennen. Warum? Mein Gott, kannst du mal, ich kann so schnaufen, das ist ja furchtbar. Da war ein Jaguar. Achso. Ich seh den immer gar nicht. Da an der Flussseite rennen da rum. Gut, dass ich dich dabei hab. Ich würd in jeden Jaguar reinrennen. Okay, wir sind bei 19,5. Das müsste richtig sein. Äh, da müssen wir jetzt nur noch Richtung Norden. Muss das da hinten sein, wo das Wasser lang geht quasi. Wo kommen wir denn da durch? Geh lang. Ohne einem Jaguar. Der ist immer noch da drüben. Komm mal her. Ah, jetzt seh ich ihn auch. Der slidet da rum. Hm. Der will doch nicht auch in die Richtung. Ähm. Wo bist du schon wieder? Der Host hat das Spiel verlassen. Nein. Und wir sind schon bei acht, äh, ja, über 30 Minuten. Du bist aber noch nicht ganz weg. Ich kann nicht Pause machen. Ich bin ganz weg. Ich bin schon raus. Nein, du stehst hier noch. Also dein Name steht hier noch. Geh raus jetzt. Ich bin ein Stern, der deinen Namen gibt. Da leben läuft. Ein Jaguar. Pseudonymer spielt Queen Hell. Ein Jaguar. Das ist gut, dass wenn wir jetzt wieder rein... Scheiße. Schön, dass wir eine Ruhe gesprochen haben. Ich stelle mich mal hier so hin. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.